Musik Erkennt jeden Grasalm, erkennt jede handelnde Person. Das ist zu dem Zeitpunkt die einzige richtige Alternative gewesen. Kurzer Handlauf! Alles wieder offen! Lothar macht wieder alles gut. Lothar Matthäus läuft dann, schießt und gehalten! Gehalten! Vorbei! Aus vorbei! Bremen ist Pokalsieger 1999. Und der Mann, von dem wir saßen haben... Und er hat den Blick und das ist das Tor! Tor für Werder Bremen! Setzt er die reharische Tradition fort, Thomas Schaaf. Fantastisch, Miku, was für ein herrliches Tor! Die Dinge nehmen ihren Lauf, sie nehmen den Bremen auf. Thomas Schaaf macht das wie Franz Beckenbauer. Lässt die anderen jubeln, drängt sie nicht nach vorne. Er hat sie doch umbrach, kam dann eine Hand, kam mit eine Fahne, dann kam der nächste, kam mit eine Kamera. Ich habe gedacht, was kriege ich noch alles da oben? Ja, und dann war es eigentlich für mich wunderschön. They have done it! Johan Miku claims it! What a turnaround! What a night for Werder Bremen! Doch Frele sind nicht seine Sache, sind andere dafür zuständig. Da ist große Tor! Tor durch große! Das ist Werder pur! Das war gut! Ein tolles Tor! Werder gewinnt gegen Real Madrid mit 3 zu 1. Es ist nicht zu fassen. Amina! Und das geht! Werder Bremen gewinnt dieses reine norddeutschen HB. Die Waffe an den Sechsener hochzulopfen. Imelika Pizarro! Tor! Tor! Pizarro mit dem Tor! Wiesehen! Wiesehen! Und Reggiano! Und wieder die Bremer hier in Annaburg. Obenauf! Da bleibt auch immer sachlich beim Hüchtern, ist nicht so euphorisch im Erfolg. Und bricht nachher zusammen, wenn es mal nicht so läuft. Also schon ein starker Rückhalt nicht nur für die Mannschaft, auch für den gesamten Verein. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Trainer der Gegenwart und hat Großartiges geleistet, hat er nicht das wünsche, wie man würde. Jeder Titel zählt dann natürlich noch mehr und das ist eine größere Belogung seiner hervorragenden Arbeit. Der Schwede! Der Schwede! Der Schwede! Endlich ein Erfolgserlebnis. Da ist es auch egal, dass der Vollstand gewonnen ist. Pizarro! Pizarro! Berger in der Telfitz League! Stark, stark, stark. Fußball kann so geil sein. Sprech! Sprech! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020